Herzlich willkommen zurück bei zahlradler.de zum ersten Fahrrad Event in diesem Jahr. Die Pandemie hat uns ja böse mitgespielt. Keine Kritik im Mess bis jetzt. Und heute zum ersten Mal ein Event, wo wir mit mehreren Leuten zusammenfahren können und zwar beim Popup-Weg hier an der Adlerbrücke. Heute zum Welttag des Fahrrads haben wir von 11 bis 13 Uhr eine Demo angemeldet und werden jetzt hier ja quasi im Kreis fahren, diesen Popup-Radweg testen und damit unsere Forderung untermauern, mehr von Temporär Infrastruktur in Wuppertal einzurichten. Los geht's! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war es für heute. Das war es von der Adler Brücke. Ich hoffe, mit dieser Aktion konnten wir so ein bisschen zeigen, dass temporäre Radinfrastruktur wichtig ist, dass sie eingerichtet werden muss. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei talradler.de.